Was war das jetzt anstrengend? Warum? Was war denn so anstrengend? Ach ja, ich muss mich jetzt einmal hinsetzen. Ach, ich habe eine Gruppenarbeit durchgeführt. Oh weh. Ja, bei manchen Kindern ging es eh gut, aber bei den meisten, nein. Die haben es nicht verstanden. Da war es dann so unruhig und so unkonzentriert. Ah, das heißt, manche haben auch gar nicht mitgearbeitet, oder? Nein, und das war dann so anstrengend. Manche hatten auch das Gefühl, dass sie es überhaupt nicht verstanden haben. Das Problem kennen wir doch, glaube ich, alle. Ich war vor kurzem auf einem Seminar und da habe ich eine neue Methode kennengelernt, das Gruppenputzle. Eigentlich ist die Methode ja gar nicht so neu, die kommt ja aus den 1970er Jahren. Aber, das scheint eine ganz tolle Methode zu sein, dieses Gruppenputzle. Möchtest du dir einmal anschauen? Ich möchte es einmal selber ausprobieren in meiner Klasse. Wirklich? Ja, dann würde ich sagen, hast du Zeit? Ja, geht es gleich? Hast du gerade eine Freistunde? Ja, ich habe gerade eine Freistunde. Gut, dann schauen wir mal in die Klasse. Dann gehen wir einmal mit. Guten Tag, liebe Kinder. Guten Tag, Herr Lehrer. Schön, euch zu sehen. Wir werden jetzt etwas zur Ritterzeit machen. Oh, spannend. Ich hoffe auch, dass euch das gefällt. Sicherlich. Schaut euch mal an, was ich an der Tafel aufgehängt habe. Oh, was ist das? Das ist eine Mindmap. Da könnt ihr euch schneller zurechtfinden, was wir heute alles machen werden. Ach so. Unser Thema ist heute die Ritter. Und wir werden uns in einem Teil mit der Ausrüstung der Ritter beschäftigen. Das heißt, mit der Ritterrüstung zum Beispiel. Dann schauen wir zur Ausbildung der Ritter. Das heißt, wie haben die das gelernt, was sie dann können mussten. Kämpfen zum Beispiel. Super. Dann die Frauen der Ritter. Super. Was haben die so auf der Burg gemacht? Super. Und dann die Ritterburg selber mit dem Burggraben. Super. Mit der Burgmauer. Und mit den Burgen zum Beispiel. Da werdet ihr euch dann alles Mögliche dazu erfahren. Super. Da werden die sogenannten Stammgruppen gebildet. Stammgruppen kann man sehr einfach bilden, indem man zum Beispiel die Schüler einfach dort sitzen lässt, wo sie normalerweise auch immer in der Klasse sitzen. Wie hier zum Beispiel am ersten Tisch sitzen vier Schüler. Am zweiten Tisch sitzen dann wiederum vier Schüler und so weiter. Man sollte ungefähr Gruppen bilden in einer Größe zwischen vier und sechs Schülern. Ein Ziel des Gruppenputzes ist, dass jeder Schüler, Schülerin in den Stammgruppen letztlich alles zum Thema weiß. Wie funktioniert das? Die Stammgruppen, also Schüler, die sie dann ursprünglich in der Klasse sitzen, werden jetzt eingeteilt in Expertengruppen. Eine Einteilung kann in verschiedener Art und Weise funktionieren. Eine Möglichkeit ist, dass man allen Schülern Symbolkarten austeilt. Hier in unserem Beispiel haben wir eine Symbolkarte eines Herzens, eines Karos und so weiter jedem Schüler gegeben. Das heißt, am ersten Tisch bekommt einer ein Herz zum Beispiel. Genauso das gleiche am zweiten Tisch, am dritten und am vierten Tisch. Und nach dieser Einteilungsphase gehen dann alle, die eine Herzkarte bekommen haben, in eine Expertengruppe, wo eben dann sich alle Schüler zusammenfüßen, die eine Herzkarte haben, eine Karokarte haben und so weiter. Und jede dieser Gruppen, also die Herzgruppe hat eine bestimmte Aufgabe, die Karokruppe hat eine bestimmte Aufgabe und auch die Kinder, die die anderen Symbolkarten bekommen haben. Und diese arbeiten dann zu diesem bestimmten Thema gemeinsam. Nachdem sie diese Arbeit dann beendet haben, also alle in der Herzgruppe so weit sind, dass sie auch besprochen haben, was wichtig war an ihren Aufgaben, dass sie alle Bescheid wissen, sich gut auskennen, kehren sie dann beim Gruppenputzle am Ende dieser Phase wieder zurück in ihre Stammgruppen und besprechen dann, was sie gelernt haben. Liebe Klasse, wir fangen jetzt mit unserer Arbeit an und damit ihr wisst, mit wem ihr zusammenarbeitet, bekommt ihr von mir Symbolkarten. Das heißt, jeder bekommt ein einzelnes Zeichen von mir, ein einzelnes Symbol, damit ihr wisst, mit wem ihr zusammenarbeitet. Ich fange mal gleich daher vor mit dem Tisch an. Schaut, jeder von euch bekommt jetzt da ein Zeichen, wie ihr es vielleicht von zu Hause von den Spielkarten eurer Eltern kennt. Zum Beispiel ein Herz ist dann darauf. Jeder bekommt da eins. Und euch fällt dann gleich auf, dass bei euch am Tisch jeder ein anderes Zeichen hat. Und so wird es auch bei jedem anderen Tisch sein. Gruppe, ich muss einmal genau wissen, wer überhaupt zu der Gruppe gehört. Wie hier in dieser Member habe ich das ja schon eingezeichnet. So gehört in der ersten Gruppe Fritz, Susi, Leonin, Peter dazu. Wir haben die Einteilungen hiervon mit den Symbolkarten vorgenommen. Das Thema, das die Gruppe bearbeitet, muss klar sein. Wie hier bei der Expertengruppe 1, die Ausrüstung der Ritter. Dann muss das Material, aus dem sie ihr Wissen herausarbeiten, klar sein. Wie hier das Schulbuch auf Seite 15, die erste Spalte. Die Fragen zum Thema müssen vorliegen. Und natürlich der genaue Arbeitsauftrag, wie das Lesen der Textstelle und die anschließende Beantwortung der Fragen. Sitzen alle gut? Seid ihr gut in den Gruppen angekommen? Ja! Was sollen wir denn machen, Herr Lehrer? Gut, schaut einmal her. Ich habe euch auf der Tafel da was aufgehängt. Und das gleiche findet ihr auch bei euch auf eurem Tisch. In der ersten Gruppe, das heißt in der Herzelgruppe, ja genau, ihr seid das. In der Herzelgruppe sitzen jetzt Fritz, Susi, Leonin und Peter. Und ihr arbeitet jetzt zur Ausrüstung der Ritter. Und die Unterlagen dazu, alles was ihr wissen sollt, findet ihr im Schulbuch auf Seite 15 in der ersten Spalte. Und dort bearbeitet ihr dann die Fragen zum Thema, die ich euch auf den Tisch gelegt habe. Ihr lest also genau den Text durch und beantwortet dann gemeinsam die Fragen. Und ihr seid dann die Spezialisten für die Ausrüstung der Ritter. Und alle anderen arbeiten dann ihre Themen durch. Ich habe euch auch genau dort hingeschrieben, wo ihr im Schulbuch was findet und was ihr dort genau machen sollt. Und wenn ihr eine Hilfe braucht, dann könnt ihr gern zu mir kommen und ich werde euch dann eure Fragen beantworten. Also, fangt einmal an! Die Gruppen arbeiten ganz angestrengt und sind ganz bei der Sache dabei. Herr Lehrer, wir sind fertig geworden. Möchtet ihr jetzt wissen, was ihr machen sollt? Ja, bitte! Gut, und jetzt unterhaltet ihr euch drüber bei dem, was ihr gerade gemacht habt, wie ihr es den anderen Kindern in der Klasse am besten erklären könnt. Das heißt, das, was ihr jetzt gelernt habt, solltet ihr den anderen ganz gut erklären können, dass sie sich danach dann ganz gut auskennen. Die Expertengruppen arbeiten aus ihren Aufgaben. Sie besprechen dann ihre Ergebnisse, sie überlegen, wie ihr Wissen der eigenen Stammgruppe dann zum Schluss vermittelt werden kann. Und schließlich kehren sie dann wieder in die Stammgruppen zurück und erklären das, was sie gelernt haben, den anderen, mit denen sie ja ursprünglich zusammengesessen sind, also ihren Mitgliedern der Stammgruppe. Die Mitglieder erklären sich also dann gegenseitig, aufgrund ihres Expertenwissens, aus den Expertengruppen heraus, die Lösungen ihrer Aufgaben. Und zum Schluss kennen dann alle Mitglieder der jeweiligen Stammgruppe sich beim gesamten Stoff, beim gesamten Thema aus. Herr Lehrer, wir sind fertig, was sollen wir machen? Gut, meine Frage an euch, seid ihr wirklich alle fertig? Könnt ihr euch alles schon erklären? Ja. Ja? Gut. Dann machen wir jetzt folgendes. Ihr geht jetzt wieder in die Gruppen zurück, bei denen ihr am Anfang gewesen seid. Also so wie ihr am Anfang der Stunde gesessen seid. Zu diesen Tischen geht ihr jetzt wieder zurück und erklärt euch gegenseitig, was ihr gelernt habt. Okay. Herr Lehrer, was sollen wir machen? Ja, Letizia, ich erkläre es dir jetzt, allen in der Klasse. Du, Letizia, kommst ja aus der Herzallgruppe. Und du erklärst jetzt allen am Tisch, was du in der Herzallgruppe gelernt hast. Und so macht das jeder dann an seinem Tisch, weil jeder kommt ja aus einer anderen Gruppe vorher. Liebe Lucia, kannst du uns das sagen, was ihr machen sollt zu eurem Tisch? Also an unserem Tisch sollen wir erzählen von der Karo-Gruppe. Ja, genau. Du kommst aus der Karo-Gruppe und du erklärst, was du vorher in der Karo-Gruppe kennengelernt hast. Und der Fritz, der kommt aus der Herzallgruppe und der erzählt alles, was er in seiner Herzallgruppe kennengelernt hat. Und so erfahrt ihr dann aus allen Gruppen, was sie dort gelernt haben. Alles klar? Ja. Ja. Also, Vorteile des Gruppenputzlers bestehen unter anderem darin, dass die Lernenden sich mehrfach gegenseitig bestimmte Stoffinhalte bzw. Fertigkeiten näher bringen. Wenn man sich gegenseitig etwas erklärt, ist dies eine der effektivsten Formen des Lernens. Genau. Alle Lernenden müssen sich aktiv an der Gruppenarbeit beteiligen. Nur durch Zusammenarbeit in der Gruppe können alle das gemeinsame Ziel erreichen. Alle Lernenden werden zu unverzichtbaren Experten. Lernen durch Lehren ist hier das Motto. Durch die Vorträge in der eigenen Gruppe wird die Präsentations- und Ausdrucksfähigkeit auch noch gefördert. Und wenn die Lernenden sich als unverzichtbare Partner beim Lernerwerb erleben, kann das dies den gegenseitigen Zusammenhalt fördern.